Musik Ja hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Assassin's Creed 3 mit dem Tobi von GOP. Im letzten Part sind wir ja unserem Vater begegnet, der hat sich ja dann kurzfristig überlegt mit uns hier so eine richtig fette Aktion in New York zu starten. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal zur nächsten Mission, um hier in New York ein wenig unsicher zu machen. Oder vielleicht können wir ja auf dem Weg dahin einen Aussichtszoll mitnehmen. Denn ich weiß jetzt, ach so, da können wir ja sogar mehrere mitnehmen. Nehmen wir erstmal, oder wir können ja die, ne, wir nehmen erstmal hier die Einzelne mit. Genau, oh mein Gott, kommen wir da wirklich hin? Oh mein Gott, das ist so weit weg. Aber egal, wir schaffen das schon meine lieben Freunde. Aber es ist schon richtig mysteriös. Okay, wir müssen auf dieses wunderschöne Türmchen da, in der Hoffnung, dass wir uns hier... Oh, sorry, wollte ich nicht. Tut mir leid, ja, ist in Ordnung. Ja, ich bin ja schon weg, tschüss. So, drei kranke Zivilisten zur Impfstation tragen. Könnte ich theoretisch, aber dazu habe ich im Moment keine Lust. Außerdem, warum seid ihr denn alle nicht geimpft? Habt ihr zu wenig Geld dafür, oder was ist damit los? Mein Gott, ihr habt aber auch Nerven. Also wirklich, das ist echt eine Frechheit, Mann. Und da muss der Tobi von GOP euch helfen. Schlimm, schlimm. Aber wir gehen jetzt erstmal nach New York und tingeln ja ein bisschen durch die Gegend. Und nehmen jetzt hier erstmal noch einen Aussichtszoll mit. Hier, BIA-Schweinebacke. So sieht es aus, meine lieben Freunde. Heute ist mal wieder Freitag und morgen ist ein ganz besonderer Tag. Denn morgen ist Samstag. Juhu, obwohl, naja, so freuen tue ich mich über den Samstag jetzt auch nicht, weil meine Ferien, also meine indirekten... Ja, tut mir leid, dass ich gerade keine Lust hatte, den Kranken zu helfen. Ähm, dass halt meine Mini-Ferien vorbei sind, weil ich hatte ja die ganze Woche frei wegen mündlicher Abiturprüfung und sowas, die ich selbst nicht hatte, sondern die Abiturienten auf unserer Schule, auf unserer epischen Stufe. Oh cool, das sieht mal wieder episch aus, so, du, 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 du. Wow, das sieht fucking epic aus, meine lieben Freunde. Das sieht wirklich fucking epic aus. Aber naja, wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, man muss noch da. Hui! Patsch! Eigentlich müsste er sich ja voll das Genick, geschweige denn, irgendwie den Rücken brechen. Aber nein, natürlich macht er das nicht, sondern macht das einfach ganz elegant und schafft das. So, jetzt gehen wir zum nächsten, jetzt gehen wir nach da und dann können wir ja zum unseren Ziel gehen. Denn ja, ich wollte gerade nochmal auf Samstag zurückkommen. Ja, morgen ist ja Samstag und meine lieben Freunde, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob alle das zugucken, aber wer vielleicht in der Nähe von Köln wohnt, wo ich weiß nicht, ob es davon noch wirklich Tickets gibt, ähm, morgen ist in Bottrop, also im Moviepark, so eine XXL-Tuber-Day-Aktion. Und da bin ich mit einem guten Kumpel von mir dabei. Ups, wo laufe ich denn jetzt hin? Ich wollte auch da hin. Und, äh, ja, da könntet ihr mich theoretisch treffen, wenn ihr Bock dazu hättet. Mein lieben Freunde, das meine ich vollkommen ernst. Ihr könnt mich wirklich treffen, ich gebe euch das Händchen und, okay, umarmen tue ich euch vielleicht nicht, aber das, obwohl doch, wenn es unbedingt sein muss, wenn ihr dann total glücklich seid, ich liebe es Menschen glücklich zu machen. Und ihr könnt auf jeden Fall mit mir reden und wenn ihr wollt, könnt ihr... Der Spaß ist hier zu Hause, ja genau, so sieht es aus, meine lieben Freunde. Ihr könnt sogar ein Autogramm von mir haben, wenn ihr Bock habt. Also ich bin auf jeden Fall mit dem Typen da und vielleicht, ich glaube schon, dass es sehr ein bisschen auffallen werden. Mein Gott, warum ist hier denn so viel? nein 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 warum läuft mir jetzt gott und die welt hinterher ja ich wollte mich doch verarschen oder nur weil ich hier die kapelle hoch wollte so langsam schön ja klar natürlich kann ich mir wünschen aber oh mein gott jetzt schießen wir noch aus der ferne an dann komm mal her ich schaffe das ähnlich ich wollte ich noch ein aussichtszeug wurde gehen echt über alle wege da hoch oder egal wir machen den eleganten weg wir gehen jetzt über die dächer so springen da dran ziehen es daran hoch gehen hier dran springen daran springen draht dran springen da dran springen dann hier hoch klettern ein wenig und springen jetzt ganz schnell kommt kommt du schaffst das digger nein nein nicht komm 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 gut 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 weil hier oben kommen die nämlich nicht hin also wenn ich da oben drauf hocke die kommen ja eh nicht hoch finde ich relativ gut und ja dann könnt ihr auf jeden fall da hinkommen wenn ihr bock dazu habt das ticket kostet zum glück nur 20 euro anstatt also normalerweise bezahlt man irgendwie so ich glaube 37 euro für den moviepark ist relativ günstig verhältnis und ja das tue ich für euch mein lieben freund ich bin da da wurde eigentlich der kumpel von mir das so wollte aber ich habe mir einfach gedacht warum nicht ich komme einfach mit und dann sind wir wieder so ebisch dran weil wieder diesen epischen aussicht zu haben zu zwiebeln und so ja mein lieben freund ist richtig hammer geil nö hui ok wir gehen die richtung vorkämmrich später wie ich jetzt wieder sicher als ich das jetzt wirklich gegessen ich hoffe jetzt mal nicht das ich sofort wieder gesucht werde werde ich nicht cool okay da kommen direkt zu unserer mission und im drüben dann oben die europäische omission freunde ja dunder und er geht es heute total gut und irgendwas freitag oder das tascht die kommentiert absieben habe ich keinen bock zu oder außer wenn es jetzt wirklich ins Kreuz läuft. Der läuft uns wirklich ein Kreuz. Dann laufe ich mal kurz um die Ecke. Hallo. Yeah, ich habe... Och ne. Nur für 46 habe ich das gemacht. So ein Scheiß. Ist doch alles verarscht, meine lieben Freunde. Wir werden wirklich an der Nase verarscht und gezogen von Ubisoft. So sieht es aus, meine lieben Freunde. Wir haben keine Chance. Okay, jetzt haben wir... Oh, das ist eine Assassin-Mission. Aber da wäre ich jetzt keine Lust zu. Doch, irgendwann werden wir das tun, aber... Moment nicht. Wir müssen erstmal hier das Ausrufezeichen finden. Boah, das ist echt so ein richtig langer Weg bis dahin, meine lieben Freunde. Also ich finde das echt heftig. Och ne, jetzt nicht hochklettern, du dumme Lust, du. Ja, genau. So, jetzt läufst du hier lang. Oh, oh mein Gott. Boah, das war echt schwierig. Ich bin so richtig... Boah, das ist auch... Warum machen die immer diese merkwürdigen Geräusche? Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass die irgendwas anstellen wollen. Ah, cool. Ah, cool. Achso, das ist dahinter, oder? Eigentlich würde ich ja gerne interagieren. Was? Äh... Äh... Ist das eine Schlangengrube? Äh... Hier ist das Ausrufezeichen. Hä? Achso, da ist er. Ah, Vater und Sohn geht doch, meine lieben Freunde. Ich habe schon gedacht, dass das nicht funktioniert. Oh mein Gott. Schönes, episches Licht. Wir in der Dunkelheit von New York. Hallo. Boah, Schmarrn. Es ist ja noch alles dran an dir. Hast du dich von den Schlägen erholt? Boah, Schmarrn. Benjamin Church hat sich in einer verlassenen Brauerei in Wassernähe versteckt. Bis Sonnenaufgang sind wir fertig mit ihm. Gut. Ich möchte die Vorräte so bald wie möglich zurückgebracht haben. Natürlich. Ich will dich nicht von deinem sinnlosen Treiben abhalten. Dann komm mit. Folge mir. Okay, cool, meine lieben Freunde. Also, wow, wow. Okay. Also, wir sollen zu einem Aufenthaltsort folgen und jetzt... Aber ich bin irgendwie viel schneller... Boah, du dumme Nuss, du... Na, boah. Wirklich Frechheit. So, okay, okay. Als wir Hatern waren, waren wir eindeutig schneller. Oder? Okay, der Typ hat doch ein bisschen Speed drauf. Ja, okay, der Mann ist alt. Der kann nicht so schnell laufen wie wir, ne? Ist ja verständlich. Okay, du kleiner Suizidgänger, du. Du bist so ein kleiner Affe, ne? Genauso schnell wie du. Komm schon, mach schneller. Wow. Achso, ich hab gedacht, die Kirche brennt. Oh mein Gott. Okay, spring doch einfach. Hui. Yay. Oh mein Gott. Und jetzt... Ah, cool. Okay, wir haben es schon geschafft. Oh mein Gott. Das war aber gar nicht mehr so weit. So weit. So weit, genau. Ich bin auch weit. Du hättest mich beim ersten Treffen töten können. Was hat dich davon abgehalten? Oh mein Gott. Noch weitere Fragen? Wonach trachten die Templer wirklich? Ordnung. Sinn. Richtung. Nicht mehr als das. Ihr seid es, die alles mit diesem Gefaser von Freiheit durcheinander bringen. Vor langer Zeit verfolgten die Assassinen ein edleres Ziel. Nämlich den Frieden. Freiheit ist Frieden. Oh nein. Sie ist Aufforderung zum Chaos. Sieh dir nur diese Revolution an, die deine Freunde begannen. Ich stand einmal vor dem Kontinentalkongress und hörte ihr Gestampfe und Geschrei. Alles im Namen der Freiheit. Doch es ist nur Lärm. Und deswegen begünstigst du Lee? Er versteht die Bedürfnisse dieser Möchtegernation besser als die Holzköpfe, die behaupten, sie zu repräsentieren. Das ist ein Argument. Das kommt mir vor, als hättest du saure Milch getrunken. Das Volk hat seine Wahl getroffen. Es wählte Washington. Nicht das Volk hat gewählt. Es war eine Gruppe privilegierter Feiglinge, die sich zu bereichern suchten. Sie kamen geheim zusammen und trafen die Entscheidung, die ihnen passte. Oh, sie haben es in schöne Worte gepackt. Doch dadurch wird es nicht wahrer. Der Unterschied, Connor. Der einzige Unterschied zwischen mir und deinen Leuten ist, dass ich kein Mitgefühl heuchle. Hm. Okay. Das wäre jetzt mal eine gute Ansprache. Jetzt wissen wir auf jeden Fall mal, wie die Templer ticken und was unser Daddy so alles anrichten will im Laufe der nächsten Zeit. Aber so wie es aussieht, sind wir wohl dagegen. Und, ja, oder vielleicht entscheiden wir uns noch dazu. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Ich habe keinen Plan, was im Endeffekt passiert. Okay, ich kenne das Ende so ein bisschen. Aber trotzdem, ich werde nicht spoilern. Ein Anführer zusammenschlagen. Yay, das mache ich doch total gerne. Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm schon, du schaffst das schneller mit dir. Komm schon, komm hier hoch. Yay, oh mein Gott. Okay, okay, okay. Schon ein guter Anfang. Äh, wo bist du jetzt hin? Ach, nee, sag jetzt nicht. Du bist einfach... Aha. Das ist echt Probleme daran, vorbeizulaufen. Nur weil ich da kurz im Weg stand. Ja, du hast auch Bedürfnisse. Du, hey, Mitch, du. Das ist echt eine Frechheit, Alter. Weil das ja wirklich solche Probleme hat. Hm. Kann passieren. Muss aber nicht. Nö. Ähm, okay. Du hüpfst über Schornstein. Jetzt sind wir noch eine Runde geräuchert. Ich bin ein wandelnder Fisch. Oh yeah. Ähm, okay. So. Hui. Wir können uns auch theoretisch feiern lassen. Eigentlich wollte ich packen. Egal. Hallo. Da sind wir wieder. Oh, Moment. Oh, okay, okay, okay. Hm. Merklinge Kiste. Kämpfen. Ich warte hier auf dich. Natürlich tust du das. Oh, entschuldige. Willst du vielleicht, dass ich mitkomme und deine Hand halte? Dir aufmunternde Worte zuflüstere? Das wäre doch der ideale Daddy. Diese Männer wurden des Hochparats für schuldig befunden. Auf dieses Verbrechen steht er tot. Die Strafe wird unverzüglich vor diesen Zeugen vollstreckt. Sie haben nichts getan. Danke. Ich bin also. Oh, ich glaube, da haben wir einen Fehler gemacht. Egal. Oh, cool. Das sind unsere. Wow. Ich habe gedacht, das wären unsere Freunde. Warum kämpfen die gegeneinander? So ein Kack. Okay, können wir ein bisschen unseren Skill beweisen. Kack. Wow. Wow, das war episch. Bam. Oh mein Gott. Bam. Ist das krass. Okay. Das war epic. Ich werde nichts sagen, aber das war wirklich epic. Das war epic. Okay. Bei dem müssen wir wohl ein bisschen die Luft rausheben, bevor wir. So, okay. Ziel eliminiert. Finde ich gut. Ähm. Ja, okay. Okay, jetzt müssen wir nach da hinten. Schön. Und wie können wir den jetzt umbringen? Ach, einfach hinrennen, oder? Das ist auf jeden Fall meiden, gesehen zu werden, weil das ist jetzt wirklich das Schlimmste, was wir machen können. Wir sind ja gesucht. Also, das gibt's doch nicht. Ja, okay. Ich bin ja schon weg, Mann. Nur weil du mich nicht magst. So. Hui. Boah, warum kannst du nicht weiter einfach nach vorne gehen? Nein, natürlich. Was macht Connor? Der macht irgendwie was anderes. So einen anderen Kack fabriziert er dazwischendurch. Ähm. Äh, ich glaube, ich bring mal kurz hier unseren Freund um. Sonst, ja. Sonst bist du tot, ne? Ja, genau. Ich bin aber zuerst da. Oh, cool. Okay, wir können doch nicht mal sein Dach hochspringen. Wo bin ich das denn? Kann ich dir anvisieren? Hallo. Hallo. Oh, mein Gott. Ich will die doch nur von oben anvisieren. Wo bist du jetzt hier? Wo bist du jetzt wieder hin? Hui. Unbemerkt. So, plündern. Okay. So. Haben wir die jetzt an? Haben wir doch, oder? Haben wir die jetzt an? Also, wenn wir die jetzt an, haben wir das richtig cool, oder? Ja, oh mein Gott. Boah, wir sehen richtig aus wie so ein Gentleman. Das sollte reichen. Folge mehr. Sieht gut aus. Wie Erkauer. Der Patriot der Zukunft. Halt, Fremde. Das ist Privatgelände. Was habt ihr hier zu suchen? Das reimt sich. Der Vater des Verstehens leitet uns. Dich erkenne ich. Aber nicht den Wilden. Er ist mein Sohn. Ein wildes Früchtchen gekostet, ja? Frei mit euch. Okay. Nicht schlecht. Ist auch voll unauffällig, dass wir irgendwie so ein Schwert und Tom Hawk dabei haben, womit wir eigentlich alles umbringen könnten. Aber nein, wir sind jetzt diese merkwürdige Wasserfigur und alles ist in Ordnung. So sieht's aus, meine lieben Freunde. Ja, super. Tut mir echt leid, dass ich das nicht geschafft hab, man. Tut mir echt leid. Kann ich ja nichts für. Ich find das echt cool. Wow. Jetzt mit Ezio. Wow. Wow. Wir sehen echt total high definition und so aus. Ich merkwürdig. Okay, rennen wir ein bisschen mit die DNA. Okay. Hallo. Aber wir sollen ihn auch noch konfrontieren. Oh mein Gott, meine lieben Freunde. Das wird jetzt mal mysteriös. Ich will schneller laufen. Komm, Connor. Hau die Haken hinterher. Duf, 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 duf. Muss das gehen. Nein, natürlich. Wartet unser Daddy auf uns. Verschlossen. Gib mir einen Moment. Hm. Bei lebendigem Leib. Ich vergesse nie ihr Gesicht, als sie mich fortschickte. Charles Lee ist verantwortlich für ihren Tod. Auf deinen Befehl. Und es tut dir leid? Unmöglich. Ich gab keinen solchen Befehl. Sogar ganz im Gegenteil. Sie sollten die Suche nach den Vorläufern abbrechen. Wir mussten uns praktikableren Zielen zuwenden. Es geschah. Und ich kann es nicht vergessen. Hm. So sieht es aus, meine lieben Freunde. Aber mal unseren Daddy ganz eiskalt ertappt. Okay. Benjamin Church. Ihr seid schuldig des Betrugs am Templerorden. Und der Missachtung unserer Prinzipien zur eigenen Bereicherung. In Anbetracht eurer Verbrechen. Verurteile ich euch zum Tode. Jetzt! Hm. Ihr seid zu spät. Church und die Ladung sind längst fort. Und ich fürchte, ihr werdet nicht in der Lage sein, ihnen zu folgen. Oh doch, das werden wir. Wir werden euch jetzt einfach alle eiskalt fertig machen, indem wir räumt. Wir wählten die Seite des Siegers! Die Briten gewinnen diesen Krieg! Okay, ist auch ein bisschen gestört, oder? Euch waren Prinzipien immer wichtiger als Profit. Vielleicht zerbröckelt euer kleines Reich genau deswegen! Der Typ redet noch, obwohl er tot ist. Ich will ja nicht sagen, aber es ergibt keinen Sinn. Komm, haut drauf. Hau doch drauf! Warum haust du nicht drauf? Komm, haut drauf. Warum kann ich dich nicht ergreifen? Egal. Hier ist es, hier ist mein Mann. Daddy. Mein Daddy soll den fertig machen. Komm. Geh drauf. Jetzt. Ah. Kann das sein, dass der Typ unendlich Leben hat? Ah, ja, hat er. Eindeutig. Und der Typ, der die ganze Zeit geredet hat, die ganze Zeit auf dem Boden tot gelegen. Wo ist Church? Ich sag's euch. Alles, was ihr wollt. Aber versprecht mir, mich nicht zu töten. Loy. Geil. Nicht schlecht. Du hast mein Wort. Meins nicht. Boom. Er brach gestern auf nach Martinique. An Bord eines Handelsschiffes namens Welcome. Das halbe Schiff ist voll von den Sachen, die er den Patrioten gestohlen hat. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre. Euer Versprechen. Er hat es ja auch gehalten. Gehen wir. Wow, da kommt ja noch mehr. Oh mein Gott, okay. Wir müssen einfach durch die Vordertür wieder raus. Oh. Okay, also durch die Vordertür geht's nicht. Wie es aussieht, wird das jetzt ein Epic Run gegen die Zeit nach draußen. Uh, deswegen noch alles anzubrennen. Das ist natürlich super geil. Ja. Sowas passiert, wenn man sich mit den Falschen anlegt. Achso, wir müssen jetzt unserem Daddy hinterher laufen. Wir müssen schleunigst hier raus. Was du nicht sagst. Ja, sehr intelligent. Das ist nicht der Moment zum Herumtrödeln. Ja, ich bin ja schon dran. Ich kann ja nicht schneller. Kannst du natürlich einfach drum rumlaufen. Genau. Hui, okay. Wow. Wow, das geht? Oh mein Gott. Tja, der kann auch ein bisschen unmenschlich springen, ne? Oh nein, okay. Jetzt müssen wir den anderen wegnehmen. Hui. Ein bisschen runterher. Ein bisschen außenrum. Ein bisschen da lang. Wow. Total epic. Wow. Ganz episch drüber gesprungen. So. Ach. Warum spricht eigentlich unser Daddy so... Zurück, ihr Verräter. Okay. Wo springen wir jetzt hin? Oh, es wird mir eine Freude sein, euch zu bestrafen. Hat Church euch gut bezahlt? Wurde dir angemessen entlobt? Okay. Und was nützt euch euer Gold jetzt? Gar nix. Höhöhöhöhöh. So. Wow, das ist episch. Durch die riesigen Spalten gehen wir nach oben. Durch das Holz. Der brennende Untergrund unter uns. Ah, cool. Oh, fuck. Oh nein, jetzt ist auch noch unser Daddy da runtergefallen. Komm, hilf mir. Nope. Das wäre jetzt fies. Aber nein. Ja, okay. Jetzt haben wir ihm geholfen und jetzt geht es unserem Daddy wieder gut. Yay, Party. Haben wir doch echt gut gemacht, oder? Jetzt hoffe ich mal, dass wir da rauskommen. Nein, kommen wir natürlich nicht. Wie wäre es mit einer Packung TNT oder so? Wir wissen nicht, was auf der anderen Seite. Oh, wie geil. Oh, doch, Wasser. So überlebt man das. Geh mal ein bisschen schwimmen mit unserem Daddy. Jetzt wissen wir es. No risk, no fun. Yolo. Und so, wir gehen mal ein bisschen schwimmen mit unserem Daddy. Genau. Ah, so. Okay, das ist cool, meine lieben Freunde. Das ist wirklich cool. Yay. Church hat einen guten Tag Vorsprung. Wir müssen schnell sein, um ihn zu erwischen. Ich habe ein Schiff für uns. Triff mich am Kai, wenn du bereit bist. Genau. Voll epic und so. Aber ich habe da im Moment keinen Bock zu. Der Schaum und das Feuer. Sequenz 9. Mission beendet. Schling. Schling. Haben wir doch gut gemacht, mein lieben Freund. Ich habe zwar keine Ahnung, was wir gemacht haben, aber es hat funktioniert. Auf jeden Fall haben wir eine volle Synchronisation. Und leider ist der Part auch jetzt schon wieder, glaube ich, vorbei. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier jetzt Schluss ist und wir nicht direkt weiterfahren. Und wenn nicht, dann müssen wir halt ein bisschen kleinen Stopp machen auf dem Schiff. Ne? Ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Tag weiterzuzocken. Genau. Aber ich habe jetzt noch keinen Bock zu interagieren, sondern wir gucken jetzt einfach unseren Daddy an. Stellen uns neben ihm und denken einfach, wir sind die Ober-Macker, Ober-Checker und so. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war es leider auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, ich esse ihn auf. Und wenn ihr einfach noch mehr von diesem Typen sehen wollt, dann würde ich sagen, abonniert mich. Kostet nichts, ich verspreche es euch. Und die Comedy-Quote ist ganz unten. So sieht es aus, meine lieben Freunde. Und ich würde sagen, haut rein und wir sehen uns. Bis demnächst. Tschüss. Und Movie Park nicht vergessen. Jetzt aber wirklich. Ciao. Ciao.